Hey Leute, ich bin's wieder, euer Monty, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Gondal Guide. Und zwar sind heute die Bestien dran, aber dazu gibt's gleich mehr, nach dem Intro, bis gleich. So, da sind wir auch schon, herzlich willkommen zurück, danke fürs dranbleiben. Genau, wir haben heute die Bestien, und zwar könnt ihr, äh, die erste Bestie kostenlos euch schon ergattern, beziehungsweise, ich glaub, für ein bisschen Gold, aber schon relativ früh im Level. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann's die erste Bestie gab, da müsste ich nochmal gucken. Aber auf jeden Fall, die zweite Bestie würde man ab Level 32 bekommen. Aber mir reicht eine, und ich hab mich da damals für den Himmelsschreck entschieden, ähm, der eine ziemlich gute Angriffskraft hat, und, ähm, man mit dem schon einigermaßen durchkommt. Was erwartet euch heute? Wir gehen auf die einzelnen Futures ein, hier oben, und ich erklär euch ein bisschen was zu den Steinen, und, ja. Genau, also wir haben hier erstmal meine Bestien. So sieht die Seite aus, hier habt ihr alles im Überblick, wie eure Bestie heißt, ihr könnt die benennen, was das für eine Art ist, wie viel Lebenskraft die Bestie hat, und dann eure, ähm, zwei Angriffsarten, und eure beiden Verteidigungsfähigkeiten, und wie viele Steine ihr aktuell in eurer Schmucksteinbox habt, und, ja, ihr bekommt die Schmucksteine, ähm, random durch Kämpfe. Jetzt denkt man sich so, hm, bis ich da aber was voll hab, das dauert ja eine ganze Weile, dafür muss ich ziemlich aktiv spielen. Ja, Aktivität hat einen Vorteil, aber wenn ihr, ähm, jetzt zum Beispiel hier den Zitrin habt, und ihr braucht den nicht, dann könnt ihr zur Schmucksteinhändlerin gehen, und hier könnt ihr nicht nur, ähm, neue Schmucksteine kaufen, die ihr gerade benötigt, für zum Beispiel Gold, Machtkristalle, Magiepunkte, Götterthaler, ähm, und Mondsteine, also Mondsteine sind die hier oben, das wisst ihr ja sicherlich, also hier könnt ihr euch neu ausrüsten, und ihr könnt, ähm, Auswahl treffen, was ihr gerne haben würdet, ihr könnt hier das, äh, Reit hier, äh, das Biest direkt auswählen, und hier seht ihr jetzt, was alles im Shop zur Verfügung steht, das würde jetzt 2026 Mondsteine kosten, die nehme ich gleich mal mit, so, Mondsteine kriegt man auch durchs Kämpfen mehr als genug, und wenn ihr jetzt aber schon Steine gesammelt habt, könnt ihr die hier eintauschen, ihr braucht am besten immer drei Schmucksteine, und hier könnt ihr auch nochmal die Auswahl treffen, nicht hilfreich, ähm, hier werden die jetzt dreimal zertrümmern, tauschen, und ich hätte gern mein Feuerrodem, mein Hauptskill, das kostet mich 50 Magiepunkte, und, ähm, wir kriegen dafür den Stein, dann gehen wir zurück zum Biest, einmal die Gekauften und einmal den 70er, äh, Feuerrodem, die legen wir an, wir können insgesamt, ich glaube es waren 10, ähm, Steine anlegen, und damit sind jetzt unsere Fähigkeiten, äh, Punkte gesteigert worden, durch das Anlegen. So, wir haben eine Bestienrangliste, die sieht folgendermaßen aus, hier kriegt ihr für die Turniere Punkte, zu den Turnieren kommen wir gleich, ähm, ich habe die Bestien mit dem Account noch gar nicht so arg gespielt, was eigentlich ein Fehler ist, weil man hier sehr gute Attribute bekommen kann, das ist die Punkte Liga für diese Woche, vom 25. bis zum 31. da wäre auch ein bisschen gepennt, dann gibt es den Bestienhändler, hier kriegt ihr immer neue Bestien, aktuell wäre Höllenried, das Einhorn und Raglan, äh, zur Verfügung, würde ich mir jetzt noch eins holen, würde ich auf den Höllenried gehen, aber wie gesagt, mir reicht erstmal eine Bestie, die Schmuckhändlerin haben wir gerade, hier könnt ihr für Gold auch noch die Schmucksteine verkaufen, die ihr nicht benötigt, das ist auch eine schöne Einnahmequelle, ähm, jetzt kommen wir zum Turnier, das letzte Turnier sah folgendermaßen aus, ziemlich schlecht für mich, weil, wie gesagt, ich, äh, meine Bestien verschlafen habe, ähm, das ist ganz normaler Turnierbaum, es gibt eine Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale und dann der Sieger und es gibt ein kleines Viertelfinale, da kommen die Verlierer vom Achtelfinale rein und dann boxt man sich da hoch. Genau, dann die Turnieraufstellung für das nächste Turnier sieht man noch und jetzt wird es interessant, ähm, für Kämpfe und durch das Turnier bekommt man, äh, Fähigkeitspunkte, die kann man hier einlösen, da gibt es dann einmal Geschick und Blockchance, kritischer Schaden und Geschicklichkeit, das könnt ihr dann selber durchlesen, äh, Schmiedebonusrüstung und, äh, Leben zum Beispiel, also Ausdauern, kritischer Schaden und für die Quester gibt es hier auch nochmal einen Bonus, den man skillen kann, was ziemlich nice ist. Genau, ähm, wenn ihr in einem Turnier seid, bei den Bestien und ihr habt mehrere Bestien, dann könnt ihr natürlich auswählen, für welches, ähm, Finale ihr wann welches, ähm, für wann welches Finale ihr welche Bestie benutzt. Genau, und somit könnt ihr dann, ähm, individueller drauf eingehen. Ihr könnt die Kämpfe euch natürlich anschauen und da sieht man, die Krabbe hier von dem Biest, ähm, war ziemlich, ziemlich gut geskillt, also da hatten wir natürlich gar keine Chance. Also, ja, so, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal zu den Bestien. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein kostenloses Abonnement und ein Like freuen, eventuell noch einen Kommentar und ansonsten bleibt nur noch zu sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, bye, bye.